Hey du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich dich kässlich, was sag ich was aus dem Mann deines Lebens, dann melde dich im Channel, den Mann hier ist geplatscht für dich, was geht ab meine Freunde? Ähm, mal wieder ein Live-Kommentary von mir Montag LOL Lack LOL Lack Läuft Wir spielen zwei Matches, ich hab keine Ahnung womit und gegen wen Ich mach einfach mal schnell, dass es hier nicht allzu lange geht Ich glaub 15 Minuten nimmst du nämlich immer so die Grenze, weil da ist länger als 15 Minuten, schafft sich kaum noch einer an Bitte hijackt, bitte hijackt, bitte hijackt Ist ja gut Auf jeden Fall ein cooles Emblem Das ist nicht schlecht So ein Name gefällt mir nicht Nuketown ist, kannst du vergessen Ich mach mal nen Cut und wir sehen uns gleich wieder im äh, ne und so Wie heißt's Im Im In-Game, genau So, äh, ich starte das Lied nicht neu Ich mach mal ein anderes Ähm, ich hab ja jetzt nen Match gefunden, ich weiß gar nicht ob die Leute ja gut sind, wieso bin ich grad überhaupt rausgegangen Ah ja genau, Nuketown, ich hasse Nuketown Also dann Wie war denn euer erster Ferien- äh, euer erster Schultag Wir haben ja Ja Ja, ich bin grad über Counter-Strike, weil ich hab kein Counter-Strike Ja was, er hat kein Counter-Strike Ist als PC-Gamer Ähm Ja, aber Es macht glaub ich Ja ich weiß schon, dass es was macht Es ist so wie wenn man als Xbox-Spieler kein Halo hat Das ist Siehe OMG Aber egal, ähm Ich werd mir Counter-Strike glaub ich auch nicht holen Ich hab hier genug zu spielen Falls doch, dann werdet ihr das wissen Und vielleicht macht ihr noch Videos davon Scheiße Außerdem Hab ich gestern noch gelernt wie man eine Maus hält Ich hab bis jetzt die Maus immer mit den Fingern gehalten Also mit den Fingern gesteuert Einfach so mit den Fingern Jetzt merk ich, dass man meine Maus mit der Hand steuern sollte Alter hat man viel besseres Aim Jetzt ist mein Aim auch so ein bisschen besser geworden Freu ich mich auch schon Deswegen Oh, Panzer Wow 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 Das war ein krasser Schuss, Alter So, ich dachte grad ist ein Gegner Ähm und ja, mein erster Ferientag Mein erster Schultag, Alter War eigentlich super Damit angefangen werden Zwischen Gemeinschaftskunde Ähm Erste Stunde war Keine Ahnung Was wird wegen Bogey besprochen Also ihr wisst ja, Bogey ist ja Ne und so Ähm Das Das Praktikum Das Fuck Ich will auch gar nicht hier gar nichts sagen Weil ihr könnt ihr mich dort in der Hand haben und erpressen Und das Ich will nicht, dass ihr mich erpresst Nicht vor der Zeckenklasse Weil ich hab hier eigentliche Klassenkameraden und Leute Das ist eine Pfarrerklasse Die könnten, falls sie irgendwann mal was gegen mich haben Könnten die mir ganz schnell mein Leben schwer machen Das will ich ja nicht Das will ich ja nicht Naja, ähm Ansonsten hatten wir dann dritte Stunde Ne und so Französisch Oh, da ist ja noch einer Ich hab gar nicht gesehen, dass da noch einer ist Und der spielt verweiterte Magazine, dass er ja auf einen geiern kann, ne Egal, ich will mich nicht beschweren War auch mein Fehler Aber ich kann ja wirklich schweren Reden zocken, wisst ihr ja alle Die Prezi, Alter, die Prezi Richtig klar, wenn man immer was richtig hält Und ja Wo hab ich denn grad Ich war ja dabei, dass wir dritte Stunde Französisch hatten Da dürften wir Ein ADHS Kugelgelager scheiße machen Weil jeder immer aufstehen muss, dass irgendwas lustig wird Der spielt so schlecht, wieso killt der mich die ganze Zeit? Egal, nicht beschweren Bin besser, das weiß ich Muss ich nicht beweisen, Alter Und Feed me Ach man Er hat zwei Kills bei dem alle mich Egal, ich gönn's ihm Er hat's Er hat sich's bestimmt verdient 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 LoL Und drei Kills bei dem alle dreimal mich Wannabe QuickScober Aber der wird bestimmt mal gut Ja Da dürften wir auf Französisch sagen, wir unsere Ferien waren Ich hab natürlich nichts gewusst Hab einfach gesagt J'ai joué au Ordinateur oder so Keine Ahnung, ob das hier was richtiges ist Das heißt, dass ich PC gespielt habe Auf geht's, knife ihn Schleicht 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 Scheiße LoL Mein Internet ist super Ja, dann hatten wir Erdkunde Das war richtig geil, weil Ab der dritten Stunde ging's nämlich damit los Mann, der spielt so schlecht Wieso killt der mich noch? Keine Ahnung Weil ich grad labere Während ich labere, kann ich einfach nicht zocken Und nein, das ist keine Ausrede Das stimmt einfach Und dann hatten wir halt Erdkunde Und weil dritte Stunde schon Chorproben angefangen haben Weil jeder der im Chor war GL Natürlich ein Grieche, Alter Wegen Leuten wie dir Weil ich so ein Rassisten, du fette Uhrensinn, Alter Fick dich Ja, hatte er ein Glück, dass er hier auf einen anderen fixiert war Ähm, und Ich dachte grad das Auto wär ein Gegner, doll Und weil halt dann die Hälfte unserer Klasse einfach weg war Ähm, haben halt der Lehrer und noch jemand sich halt über Schlagzeiger oder so unterhalten Ich weiß nicht genau Die Hitbox, Junge Und der Grieche ist so schlecht, oh mein Gott Noob, 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 noob Suck it deep, Alter, deep throat Fick ich Äh, ich fick dich mein ich Ja, und dann sind wir halt alle an PC Weil die haben uns ja erst zwei Videos angesehen Irgendein Schlagzeug-Dings oder so Und dann haben wir halt so mein mittel Pony für Arschig angeschaut Das war viel besser MFP viel geiler ist und so Äh, ne, die sind gar nicht hier oben Wo ist denn jetzt der Spawn? Alter Schon wieder killt er mich Was für hohe So, der hat auch Reflexe, Alter Okay, der hat ziemlich gute Reflexe, muss ich sagen Muss ich euch zugeben, dass der gute Reflexe hat Aber er hat keinen Aim Aim ist mein Ziel besser Und er hat einfach Glück, dass ich grad laber Und deswegen keine Reflexe habe Und ich mich aufs Labern konzentriere und nicht auf Die Schatten, weil die DS-Mine hätte mich fast grad sowas von geholt, Alter Ich hatte einfach nur Scheiß Grieche, Mann, ich hasse dich Ähm, und Wo war ich? Voll Blind war ich Kommt davon mal redet Ich kann's nicht oft genug sagen, Mann Und dann hatten wir auf fünfte Stunde noch Englisch Und weil wir dann nur noch zu viert waren, weil da auch noch so ein Physik-Vortrag war Wo halt auch wieder welche weg waren, was läuft da gegen mich, Mann Ähm, weil er uns zu viert Englisch nicht gelohnt hat Hat der Lehrer nicht gesagt, wie das ist ausfallen Nein, er hat uns auch noch Aufgaben aufgegeben Er hätte es noch ausfallen können Nee, er gibt es noch Aufgaben auf Einfach deswegen, wie wir ihm versauen Er hat sowas von Reflexe, der Tipp, wow Der muss bestimmt schon lange spielen Schau ich mir nachher gleich mal sein Profil an Nachher gleich vor allem Aber so ein Aims, kacke Alter, die Reflexe Ich hab scheiß Reflexe, weil ich grad laber, Alter Ich hab scheiß Reflexe, weil ich grad laber, Alter Ja Ähm, ja Wo war ich grad? Das ist ein Jack, Alter Keine Ahnung Keine Ahnung Ähm, was jetzt genau Ich würd's ja das jetzt ansehen Vierer könnte Anker Mundo mit so guten Reflexen Andi Prezi kommt halt von seinem Movement Und mein Aim ist besser, aber seine Reflexe sind schon besser Ähm, wie lang spielt der jetzt schon, wollte ich wissen Ja, komm Privatprofil Fick dich Ja, ich weiß, ich bin so ziemlich einer der einzigen PC-Spieler, die kein CS-Spieler So Und dann machen wir halt doch einmal Newtown Mein Pech Und wo war ich? Ach ja genau Und dann hatten wir noch Chemie, da durften wir auf dem Boden, die sollten was abschrauben, aber haben es nicht geschafft, also ja Pech für uns, ne? Ja, dann Busfahrt und so, alles ganz normal Fenster sind beschlagen, ich schreib erstmal Werbung an die Fenster, so abonniert wer ist the great, hat bestimmt eh niemand gelesen Ich hoff aber doch, ich hoff ja inständig doch Ah, ja, Abonnenten geil bin ich, natürlich ich Abonnenten geil bin Das Problem ist, dass mich eh niemand abonniert und jemals auch die Videos schaut, also hab ich einfach vielleicht gehabt Habe ich grad genug schuld, oder hab ich schnell gesprochen? Ich weiß es nie Ich vergesse sowas immer, oder, beziehungsweise ich denk nicht dran So, jetzt spielen wir Newtown, jetzt brauch ich richtige Konzentration, weil ich scheiße auf Newtown bin Fick dich du Noob Club 40 Hass der Ausländer, die schlecht sind Boah Wetten mit, ne, ohne Siersucher Aber ich glaub, wenn er mich weiter abfuckt, dann beleidige ich ihn und geh dann raus Und wie wurde das Waze, ich dachte du wärst nett, Alter, ich bin auf keinen Fall nett gegen ausländische Abfucker Die nicht mehr gescheit Englisch können, das ist doch viel schlimmer Wieso gegen Ausländer, hätte er euch etwas gegen Leute, die kein Englisch können, und die meisten ausländern kann einfach Englisch Ich hab grad voll verschluckt So Die meisten Ausländer können einfach kein Englisch Das wollte ich sagen Was? Lol, Pech Aber richtig fettes Pech, ich hasse Newtown, wisst ihr ja Scheiße Newtown, hab noch nie was auf Newtown geschafft, also werde ich doch auch nie was schaffen Boah, Alter Das schreckt mich noch mehr Ja, komm, kein Wallbang für mich Ach man, ich wollte Quad-Feed und Screen, aber nein Der schwule Grieche holt mich Lol, der Spawn Ich hasse Newtown, wisst ihr ja Was er nicht drauf gehen will, ist mir auch ein Rätsel Ich brauch noch ein Quad-On-Screen für Master-Killer Wow, ich hab grad fast ein tödliches Aim-Fail gewesen Die geilen eh wieder auf mein UEV Seit neuesten geilen irgendwie jeder in Black Ops 2 Ich denke mal, dass Mensch hier mehr Gegner Ohohohoho Das ist schon knapp Das ist schon knapp Ach komm schon Haha, wenn ich renne rein bin ich selber schuld Ich bin nicht im Headglitch bleiben, sondern rausjumpen Ich sehe schon wie ich das noch locker bekommen Kommt da durch, Mann So, das ist das schlimmste Fehler in der TDM Also nie auf sein Team verlassen Hier, schaut auf Scoreboard Da seht ihr den Beweis Mal noch These hier Oh mein Gott Ich hasse mich Griechener Oder irgendwelche Ausländer generell Ich denke mal die Männchen sind Gegner Wie jetzt? Lol Der kann mich nicht mit Skill gekillt haben Das ist unmöglich, Mann Rechts, Leute, rechts, rechts, rechts Und auch Mitte Hier, der Rand, er rennt rein, wie schlecht muss man sein Man rennt auf Newtown auf keinen Fall in Spawn Was noch viel schlimmer sind, sind die Headglitcher, die am Outdoor sind, Leute Ich hasse Newtown Das ist überhaupt nicht, das ist nicht mehr schön Alter, hier weiß ich schon gleich, was abgeht Schauen Äh, natürlich, er war bereit und ich nicht, weil ich die ganze Mitte decken muss, weil ich ja der einzige bin Nein Ich hasse Yasmin, ich wollte mich zuerst ducken, dass er hochgeht und dann weglaufen, aber Ich bin zu ungeduldig beim ducken und dann ging sie hoch Mein Pech Alter, lol Wat? Keine Ahnung Warte, Leute Leckt mich Natürlich, ich bin der einzige der vorrascht Alle anderen sind hinten Ich will das Lied überhaupt nicht hören Ich will das Lied überhaupt nicht hören Das ist ein cooles Lied, das kommt auch jede Aufnahme Und das hasse ich, wie es überhaupt tatsächlich ist Und das läuft auch jede Aufnahme Das ist cool Wenn sich jemand fragt, warum ich jumpen muss Oh, Hurensöhne, Alter, very bad game Na ja, ähm, dann sorry für den letzten Fail Ich kann Scheiße spielen, wenn ich rede, wisst ihr ja alle Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Wenn alle eure Wünsche heute in Erfüllung gehen Wenn nicht, dann... Es ist mir herzlich leid, wir sehen uns am Mittwoch mit dem nächsten Video An den GR Pistoles haten Fuck you Ciao